Huuu! Sven, du kriegst deine CD wieder! Ich kriegst die CD wieder, oder was? Jaaa, ja, bitte! Da ist ja gar kein Brenner drin, weißt du? Jaaaah! Ey, ihr fangt ja eh wohl das denn, also mach an die Scheibe! Ohne gute Arbeit, ohne Preis! Kein Preis, wenn die Preis ist zu heiß! Nein, das ist nur Kaffee! Jaaaah! Ja, mach mal! Das ist Video, ne? Komm mal! Jaaaah! Genau! Baut's für Mama was geiles! Ich soll mal geiles machen! Hallo, erstmal! Ich weiß ja nicht, ob sie schon wusste! Aber ich hab nen Pipi, Mann! Hohoho! Respekt! Willst du sehen, oder was? Aaaaah, Stecken! Guck mal, das ist ein Zug hier, ja? Das ist ja ein Zug! Sag mal! Daaaah, Leute! Überall! Guck mal! Sag mal! Daaaah, Leute! Und worauf haben wir jetzt Bock? Auf mich! Auf... Aaaaah, Stecken! ... 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